Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Thiet, ich betreibe diese Aktienfinder.net, den Aktienskinder für Wachstumswerte. Diesmal werden wir leider nicht länger von steigenden Gewinnen und steigenden Dividenden profitieren. Im Gegenteil, wir werden wahrscheinlich mit herben Verlusten zu rechnen haben. Draußen ist ein wunderschöner sonniger Tag, ein toller 1. April. Bei Wirecard jedoch, da wühlt ein Orkan und ich glaube die Schneize der Verwüstung, die der neueste Bericht der Financial Times hinterlässt, die wird so tief sein, dass da nichts mehr wachsen wird. Brachland und Zerstörung für immer. Aber eins nach dem anderen, worum geht es? Es geht um neun Artikel der Financial Times. Marcus Brown, CEO of Wirecard, is an Alien. Und damit hat jetzt wahrscheinlich keiner gerechnet. Die Story ist auch momentan noch fucking hot. Also die gibt es wahrscheinlich nur hier auf YouTube. Ich habe sofort angefangen, das Video zu drehen. Wir sehen hier die Zeichnung, um die es geht. Und ich habe hier auch noch einen größeren Ausschnitt. Also hier ist die komplette Zeichnung zu sehen. Und zwar wurde die ausgegraben in einem Sandkasten. Und zwar in Wien. Und Wien, muss man jetzt wissen, ist die Geburtsstadt von Marcus Brown. Und wir sehen hier, dass es sich auch tatsächlich um Marcus handelt. Und der Pfeil zeigt ja eindeutig auf dieses Männchen. Und oberflächlich betrachtet scheint dieses Männchen ein ganz normales Männchen zu sein. Also zwei Hände, zwei Füße und so weiter. Auch ein Kopf. Aber dann kommt es halt, man sieht, dass hier zwei Antennen aus dem Kopf ragen. Und Dan McBrown, beziehungsweise die Financial Times, die argumentiert jetzt eben, dass Marcus Brown ein Alien sei. Und sie haben auch keine Kosten und Mühen gescheut. Haben dann auch eine Spektralanalyse gemacht, um eine Altersfeststellung hier dieses Dokuments herauszufinden. Und haben auch gesehen, beziehungsweise festgestellt. Und das sieht man dann auch hier, ist dann alles hier geschrieben, dass eine Radiokarbonanalyse gesagt hat, dass dieses Dokument hier 45 Jahre alt sei. Und damals war Marcus Brown eben fünf Jahre alt und hat seine verräterischen Antennen eben noch nicht abgeschraubt. Oder hat es vielleicht mal vergessen, weiß man nicht so genau. Und jetzt ist eben eines klar, Marcus Brown ist eben ein Alien. Und das hat jetzt wahrscheinlich massive Auswirkungen auf Wirecard. Jedenfalls lassen die internationalen Reaktionen auch entsprechend Schlimmes erwarten. So hat jetzt auch schon Donald Trump getweetet. I knew Wirecard is evil. Und dann I bet Volkswagen in Bayer managed by Aliens 2. Also das scheint massive Auswirkungen zu haben. Nicht nur auf Wirecard, sondern möglicherweise auf die gesamte deutsche Wirtschaft. Also die Schäden kann man jetzt noch nicht abschätzen. Auch in den USA gibt es jetzt eine neue Sammelklagewelle, die droht, die Deutschland zu überschwappen. Natürlich zunächst Wirecard zu ertränken. Es bereiten sich wieder Dutzende von Rechtsanwaltskanzleien auf Schadensersatzforderungen vor. Und in einem Interview hat sich auch die renommierte Kanzlei German Angst und Schadenfreude wie folgt geäußert. Nicht einen Cent hätten unsere Mandanten in Wirecard investiert. Hätten sie gewusst, dass der CEO ein Alien ist. Was, wenn er eines Tages all seine Aktien in einen Koffer packt und im UFO davonfliegt? Was dann? Und da muss man natürlich schon sagen, okay, da ist schon was dran und es klingt irgendwo schon plausibel. Und Wirecard selbst hat das Ganze schon dementiert. Und zwar hier, diesmal von Markus, The Big Boss selbst hier. Leider hat wohl Wirecard bzw. Markus Braun mittlerweile alle Glaubwürdigkeit verloren. Und die Analysten lassen Wirecard jetzt fallen wie eine heiße Kartoffel. Hier nur ein Zitat von vielen. Stellvertretend für die allgemeine Stimmung gegen Wirecard momentan. Analyse, der gesagt hat, der Braun, der kam mir immer schon komisch vor. Und ja, was will man da entgegnen? Der Aktienkurs hat entsprechend auch schon massiv vorbörslich einen Wert verloren. Hier, Yahoo Finance Wirecard notiert momentan mit minus 10 Cent. Wäre also jetzt ein Kursverlust von 101 Prozent. In den Aktienfinder habe ich die neuesten Daten auch schon einfließen lassen. Und da gucken wir uns jetzt mal Wirecard an. Das ist simpel, das WDI. Und wie man sieht, wurden die Umsätze und Gewinnerwartungen massiv nach unten korrigiert. Für das Geschäftsjahr 2018 erwarten wir jetzt 10 Euro Verlust. Und wir sehen dann auch hier, wie die Marschen in den Keller gehen. Und auch die Umsätze, die werden dann wahrscheinlich im 2019, also dann für das laufende Geschäftsjahr hier, dann noch eine Million erreichen. Und ich gehe schwer davon aus, dass es einfach noch die Millionen sind, die man irgendwie über den Verkauf der Assets da noch hat, zusammenkratzen können. Nachdem dann die ganzen Schadenersatzklagen, die man hat bezahlen müssen, abgezogen sind. Was meine Investments angeht, also ich habe Wirecard ja bisher die Stange gehalten. Aber ich habe jetzt aufgrund der Schwere, der Vorwürfe und weil das auch alles so plausibel für mich klingt, die Aktien verkauft. Ich hatte noch Glück. Also ich musste nur nichts dafür bezahlen. Momentan notiert die Aktien negativ. Ich habe noch einen Cent pro Aktie bekommen und habe dann für meine 200 Aktien noch ein Dosenbier kaufen können. Und das werde ich jetzt im Anschluss an das Video trinken. In diesem Sinne, Prost und einen schönen 1. April. Tschüss.